hallo youtube ein neues video und zwar wieder im bereich der flugsimulation und zwar für ja wetter ich habe hier eine webseite entdeckt die den namen windy.com trägt die kannte ich noch nicht es gibt so einige andere webseiten die so ähnlich sind aber diese windy.com ist doch eine eine bereicherung finde ich vor allen dingen für uns flugsimulanten man kann diese webseite auch noch für alle anderen möglichen dinge zum beispiel für surfer kiter segler was auch immer jeder der ein bisschen wetter braucht und diese information gerne aus erster hand hätte kann diese webseite mit sicherheit gut gebrauchen aber in der flugsimulation ist es auch nicht schlecht wenn wir unsere flugplanung machen und sie möglichst realistisch machen wollen und online fliegen möchten selbst wenn wir nicht online fliegen und ich sag mal nur das realistische wetter benutzen ist es schon nicht schlecht wenn man weiß was auf ihn zukommt wetter technisch gesehen und da ist diese webseite windy.com eigentlich eine ganz tolle quelle so ich mach mal alles aus hier so das wäre der normale bereich den man so sehen kann die welt also mehr oder weniger man kann das weiter raus scrollen dann hat man hier die ganze welt drauf aber wir beschränken uns einfach mal auf einen airport und ich habe hier schon einige ausprobiert wir nehmen wir irgendeinen in der mitte von deutschland nehmen wir mal frankfurt und dann geben wir hier einfach ein e ddf und siehe da die sind auch alle drin ja man sieht hier schon so in so einem kleinen kreis den frankfurter airport wir klicken einfach mal drauf und wir werden automatisch reingezoomt in den großraum frankfurt so auf der seite öffnet sich ein fenster wo wir direkt den meter ablesen können und zwar in einer lesbaren form wenn man möchte bekommt man auch den meter in einer raw form also das was wir als flugsimulanten am liebsten machen ist ja diese dinge zu dekodieren muss man aber nicht unbedingt gerade für einsteiger ist es dann hier noch mal schön zusammengefasst als überblick gibt es auch hier hinten noch eine eine beschreibung nämlich da steht vfa das heißt im moment sind tatsächlich vfa conditions auch wenn das nicht danach aussieht aber es sind vfa conditions und so war es auch in den letzten stunden man sieht hier auch die letzten wetter berichte mit verschiedenen zeit angaben und auch da war es schon zusätzlich gibt es hier den taff also die vorausschau bis morgen so und hier gibt es alte vorausschau wie das morgen in frankfurt aussehen soll ansonsten haben hier unten noch ein meteogramm das heißt ich kann hier auch einen überblick bekommen über das wetter wie es so aussieht ob es regnet ob es nicht regnet wie die temperaturen sind wie die sich verhalten wie der wind sich verhält aus welcher richtung der wind kommt das kann ich hier auf einen blick sehen zusätzlich habe ich hier die möglichkeit mir in dieser unteren leiste schon die nächsten tage anzuschauen das heißt ich kann eine vorausschau sehen klicken wir hier auf den freitag dann ist das die vorausschau für den freitag man sieht hier auch schon andere farben die farben sind hier noch mal erklärt das hat was mit temperaturen zu tun beziehungsweise in diesem fall mit knoten also windgeschwindigkeiten hier oben ist mehr wind als hier unten oder andersherum das ganze kann ich mir auch für sonntag geben lassen da verschiebt sich das alles ziemlich extrem was man hier vor allem gut sieht sind die tatsächlichen windströmungen das heißt der wind kommt jetzt am osten aber wir haben ja jetzt mittwoch und da kommt der wind aus dem südwesten ja und wenn ich mal weiter raus gehe um die großwetterlage in europa zu betrachten dann sehen wir hier im bereich der östlichen deutschlands zur grenze nach polen hinüber hier dreht sich das ganze ja hier dürfte schon ziemliches tiefdruck gebiet sein und hier dreht sich das wirklich so rein wie so ein mini hurricane ist natürlich keiner aber hier merkt man richtig wie das wetter sich weiter bewegt hier in der mitte ist irgendwie gar nichts und niedersachsen hat so ziemlich gar kein wind und hier oben sieht man die strömung über die nordsee in richtung norden und hier sind die nächsten wetterfronten zu sehen vor allen dingen hier oben wo es dann doch schon recht windig wird okay das ist das aktuelle wetter wir gehen noch mal runter auf unser frankfurt dass wir uns angeguckt haben und schauen jetzt mal direkt auf den airport ob wir den auch finden können ich denke der ist hier und wenn man weiter rein zu bekommt man hier auch direkt die karte ja von diesem gebiet so und jetzt sehen wir auch ganz genau wie ist das hier eigentlich mit dem wind das heißt der kommt von südwest und dadurch können wir auch eine gute planung für die start- und landebahn tätigen zusätzlich gibt es noch weitere informationen auf der einen seite hier zum beispiel webcams in diesem gebiet es gibt die notems und das ist eine sehr interessante sache finde ich für diesen flugplatz zum beispiel taxiway s 23 ist closed will be active in fünf stunden also in fünf stunden wird der taxi wieder geöffnet im moment ist er geschlossen und 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 so dann gibt es hier noch eine runway info das heißt für die verschiedenen runways und die uhrzeit wann sonnenaufgang und untergang ist und wie das aussieht mit dem vfa hier unten gibt es noch eine weitere auswahlmöglichkeit ich kann jetzt hier umschalten auf gemeldeten wind ja dann sehe ich hier 13 knoten weil das ist der airport den ich ausgewählt habe ich kann aber noch weiter raus zu ihm wieder und mir auch sagen lassen eben wie sieht das im drumherum heraus ja also in den anderen gebieten deutschlands wie ist der wind denn da der nächste punkt sind die gemeldeten temperaturen auch die kann ich mir hier anzeigen lassen und weiß dann was in meinem bereich an temperaturen herrschen dann haben wir hier noch die voraussage also vorausschauende beziehungsweise versteht ja vorhergesagt das wetter ja und dann gibt es hier unten noch die flughäfen die man sich auch noch anzeigen lassen kann das sind diese ganzen kleinen kreise hier die blauen das sind mvfas die anderen sind da steht gar nichts da gibt es gar keine informationen irgendwie dann ist hier ein grüner kassel calden das ist vfa das heißt man erkennt schon an den kreisen was da für flugbedingungen herrschen das heißt hier in kassel calden als auch in edlp also in paderborn herrschen gerade vfa bedingungen in dortmund mvfa und das gleiche gilt auch für edgs also im siegerland airport und so weiter also die kann man sich ja anzeigen lassen und in diesem bereich hier unten edf zb frankfurt hahn da herrschen ifa bedingungen hier ist nichts mit vfr da ist nichts möglich da sind einfach die die werte zu schlecht ja man sieht den meter ja auch schon von frankfurt hahn da ist ja wir haben regen der wind kommt aus 240 grad mit neuen knoten ein paar wolken auf 300 fuß aber schon eine geschlossene wolkendecke auf 800 fuß da geht nicht mehr allzu viel man kann ja auch draufklicken dann ändert sich diese seite für den entsprechenden flugplatz auf dem man draufgeklickt hat und man hat die daten für den flugplatz also vorher bis vor einiger zeit gab es hier noch mvfa inzwischen ist hier aber die sicht so schlecht dass man nur noch vfa hat ifa entschuldigung so hier oben sieht die sache etwas anders aus bei uns hier oben im norden ist sowieso alles rot irgendwie denn wir haben hier ifa in hamburg und zwar schon den ganzen tag und hier oben bei unseren militärflugplätzen nehmen wir diesen hier mal etnh das ist hohn das ist ein militär airport auf dem trans als stationiert sind hier vorne sind tornado stationiert auf dem schleswig airport airbase nennt sich das ding schleswig airbase eigentlich ist es in jagel aber so und da sind die tornados stationiert die wir hier oben in schleswig-holstein noch haben ich glaube es sind die letzten beiden militärflugplätze von ehemals acht oder neun stück in schleswig-holstein das ist das dann gibt es hier drüben noch ein gleitschirm also eine anzeige über alle gleitschirmplätze also wer es braucht ja dann gibt es hier noch kite und wind surf orte also der ein oder andere flugsomulant wird bestimmt mal kiten oder wind surfen wollen und dann sieht man hier genau wo diese spots sind wo man hin kann und dann bekommt man hier auch gleich ein wetter forecast hier unten eingeblendet und kann sich schon mal darauf vorbereiten und am wochenende schöne runde kiten gehen außerdem gibt es die wetterstation in der nähe die man sich angucken kann zum beispiel in kiel holtenau das ist hier unten hier dass der airport von kiel airport ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen also der flug platz und hier kann man sich dann auch wieder verschiedene wetter daten angucken die webcams anschauen und so weiter man hat die metas und man kann sich das ganze auch für 20 tage zurück angucken dann wird das hier alles neu berechnet und dann sieht man auch das wetter der letzten 20 tage wie sich das so verhalten hat gut hier unten gibt es dann noch die webcams die man sich anzeigen lassen kann die werden dann auf der karte dargestellt hier überall die webcams die so gibt und als letzten punkt haben wir die gezeiten vorhersage gut ansonsten kann man hier die daten umstellen noch mal das vorhersage modell umstellen man kann die eigens umstellen man kann hier unten auch die geschwindigkeiten also die windgeschwindigkeiten umstellen zum beispiel auf viewfort also die windstärke die wir so kennen windstärke 2 3 4 5 und so weiter dann kann man hier umstellen auf meter pro sekunde und dann kann man umstellen auf meilen pro stunde auf kilometer pro stunde und eben wieder auf knoten das was wir als simulanten ja am meisten benötigen ja dann kann man hier zusätzlich noch mal das wetter in einer bestimmten höhe sich angucken was sehr cool ist gehen wir mal auf zehn kilometer dann haben wir hier die winde die für uns natürlich nicht uninteressant sind wenn wir atlantik fliegen zum beispiel ist es jetzt im moment am schlausten von nordamerika nach europa zu fliegen und zwar diese tracks hier zu nehmen hier geht die post ab ja also hier ist wirklich geschwindigkeit angesagt und wir sehen ja hier unten in der skala von der farbe her das sind über 40 knoten also ihr seht schon das ding ist wahnsinnig komplex und ja wir können mal auf fünf kilometer runter gehen da ist das völlig anders ja mit dem wind also das ist schon ist schon faszinierend und auf 1000 oder 750 meter seht ihr schon das ergebnis also vielleicht als kleiner tipp kleines kurzes video der link ist in der beschreibung schreibt mal ob er vielleicht noch andere seit es kennt die so ähnlich sind die man gebrauchen kann für den flugsimulator vielleicht habt ihr da ja die ein oder andere empfehlung ich kenne noch eine weitere aber diese hier fand ich jetzt ganz gut man kann sich hier auch anmelden ich habe mir hier auch ein account gemacht damit ich mir einige daten von flugplätzen die ich immer ganz gerne möchte die bekomme ich dann immer automatisch vorgeschlagen also es ist ganz praktisch kostet nichts das ding und viel spaß damit schreibt mal in die kommentare was ihr davon haltet ob es sinn macht dass ich noch mehr videos mache die einfach webseiten beschreiben die ja die uns nützlich sind als flugsimulanten bis zum nächsten mal